Nummer 1, ich kaufe zu niedrige Renditen bei einem zu kleinen Einkommen und komme deswegen in eine Haushaltsrechnung, die nicht mehr aufgeht. Also Beispiel, ich habe 3, 3,5, 4, vielleicht 5% Rendite. Ich gehe hier immer von Brutto-Miet-Rendite aus. Die Netto-Rendite liegt dann entsprechend runter und ich habe aber einen Kapitaldienst, der bei 4 liegt und bei der Stressanunität noch entsprechend schlechter. Und 25% Bewirtschaftungskosten abschlagen muss ich auch noch abziehen. Das heißt, alles was ich eigentlich unter 6% Brutto-Miet-Rendite kaufe, führt dazu, dass die Haushaltsrechnung sich verschlechtert und dass ich Stück für Stück dann nicht mehr finanzierbar bin. Wenn ich ein niedriges Einkommen habe, wenn ich ein hohes Einkommen habe, kann ich das entsprechend lange treiben. Bei einem niedrigen Einkommen verbrauche ich eben pro Immobilie meinen Puffer. Beispielsweise habe ich eine Unterdeckung kalkulatorisch, die muss nicht tatsächlich so sein, aber aus Bankensicht von zum Beispiel 100 Euro pro Wohnung. Und ich habe zum Beispiel ein Einkommen von 2.000 netto und bis 1.700 geht meine Haushaltsrechnung noch auf. Dann kann ich mir drei Wohnungen kaufen, dann geht die Haushaltsrechnung entsprechend nicht mehr auf. Hier muss ich also rechtzeitig gegensteuern, wenn ich schlechte Renditen kaufe. Manchmal macht es ja auch Sinn, eine schlechte Rendite zu kaufen, wenn der Einkaufspreis umso besser war. Und ich dann eben durch Mietanpassung hier also das massiv erhöhen kann, dadurch, dass ich ein massives Underrent hatte in dem Objekt. Aber das muss ich mir eben leisten können, so ein Objekt einzukaufen. Und es muss zu meinem Portfolio-Wachstum passen, dass ich mir so ein Objekt mit einer schlechteren Rendite reinhole. Zum Beispiel auch Denkmalobjekte, die sind zwar toll für die Steuer, aber eben nachteilig aus diesem Gesichtspunkt heraus. Noch ein klassischer Fehler beim Portfolioaufbau, die Zinsbindungen. Hier sollte ich strategische Zinsbindungen setzen. Dazu gibt es ein separates Video, welche Zinsbindungen und was hat das für einen Hintergrund, welche Zinsbindung ich wähle. 15, 15, 20 oder noch länger oder variabel. Und warum sind die Zinsbindungen relevant? Zum einen habe ich zu kurze Zinsbindungen gewählt, habe ich eventuell ein Stressanilitätenproblem, habe ich eine zu lange Zinsbindung gewählt, habe ich zum Beispiel bei einer 10-jährigen Zinsbindung das Problem, dass ich da nicht entsprechend nachbeleihen kann, weil ich das Objekt gefangen habe. Und habe bei 10 Jahren immer noch ein Stressanilitäten-Thema. Das muss man sich einfach genau anschauen. Dann Fehler 3 ist eine zu hohe Tilgung. Die Tilgung sollte auch strategisch gewählt werden. Auch hierzu gibt es ein separates Video. Das heißt, so niedrig wie möglich tilgen. Das heißt im Regelfall 2%. Aber mindestens so viel, dass ich kein Renteneintrittsproblem bekomme. Also da im Zweifel freiwillig kalkulatorisch mehr tilgen. Nummer 4. Gerade das Renteneinsitz-Trenario wird nicht betrachtet. Das heißt, ich habe eine Haushaltsunterdeckung zum Renteneintritt. Am Anfang geht es noch irgendwie auf. Und nach ein paar Objekten funktioniert die Kalkulation nicht mehr. Und ich werde zu einer extrem hohen Tilgung veranlasst, die dann wiederum mit der Haushaltsrechnung heute nicht aufgeht. Hier muss ich eine strategische Tilgung wählen. Und die gibt es im separaten Video, wo sie genau beschrieben wird.